I'm mine, and I gotta stay high on the time to keep you up on mine, 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 mine Servus Leute, mein Name ist Ursula und herzlich willkommen zur neuen Folge von Battlefield 1 In der letzten Folge haben wir zwar schon ein paar, zwei, ich glaube ich, ja, zwei Wands, zwei Soldaten, äh, niedergeschossen, aber dadurch, dass es nicht gespeichert wurde, also, dieser Kontrollpunkt, wo wir ja schon zwei umgebracht haben, müssen wir das jetzt nochmal neu machen. So, da ist der Motor, ja, da ist noch ein Deutscher, sind ziemlich viele Patrouillen, wie sieht's hier aus? Gefolgt. Hm, okay. Puh, ja, das frage ich nicht nur, ah, also, mein Riesen, das da. Nein, 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 hoppada. Okay, geht eh nur auf 100 Meter. Ähm. Da war auch einer. Vorhin. Haben wir ganz kurz den Helm gesehen. Hm. Da sind auch zwei, oder? Zwei sind's. Ja. Zwei Deutsche. Hm, scheiße. Ja gut, wenn ich den ausschalte, sind die das. Aber ein gezielter Schuss, zack. Drei sind wir, wir werden das sehen. Hm. Das ist jetzt ein bisschen blöder. Hm. Oder was ist, wenn ich irgendwie schaffe, hinüber zu kommen? Oh, warte. Das tut sich weiss. Da ist auch noch einer. Zack. Schau, wie ein gezielter Schuss durch die... Ah, ich seh's in den Kopf, nicht gescheit, dass das blöder ist. So, ich muss mich jetzt konzentrieren auf diesen Typen, da. Da ist er. Zack. Ach, scheiße. Ja, natürlich, geh ins Haus hinein. So ein Kack. Ich muss jetzt mal schauen, was der da macht. Ach, Leute. So, aber der kommt wieder. Boah. Das wird sehr knapp. Ha. Scheiße. Da ist er. Zack. Erwischt. Herzschuss ungefähr. Ah, okay. Jetzt gehen die auch suchen. Zack. Scheiße, den kann ich jetzt nicht ausschalten, aber den kann ich ausschalten dann. Zack. Schöner Schuss. Zack. Ach, scheiße, der ist in dem Haus versteckt. Ich erwische ihn nicht. Den erwische ich auch nicht. Na toll. Komm, geh weiter. Geh weiter. Den habe ich erwischt. Da ist auch noch einer. Alter, wie viele Deutschen sind hier bitte? Das gibt's doch nicht. Zack. Jetzt mal Schluss mit Lustig. Mir gehen die Patronen aus langsam. Ja, ja, so. Den kill ich noch den einen und dann. Zack. Runter mit uns. Scheint sauber zu sein. Im schlimmsten Fall habe ich noch immer meine. Meine schall gedämpfte Pistole. So, Kontrollpunkt abgeschlossen. Session. Ich hoffe, dass hier kein deutscher mehr ist. Ich hoffe, da gibt's wieder irgendwelche Patronen für mein Scharfschützengewehr. Sonst wird's eng. Ja, Artillerie. Nee. Ach, scheiße. So. 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 Boah, ich habe jetzt schon Angst gehabt, dass das hier da war. Scheiße. Und ich sage noch so. Ich gehe lieber hier rein. Scheiße. Die haben hier auch einen Scharfschützern positioniert. Das war nicht so gut. Aber sie haben mich nicht gesehen. Zack. Nein, scheiße. Ich gehe mal jetzt nur vom Deutschen. So viel Patronen habe ich nicht einmal. Ach du Scheiße. Scheiße. Nein, ich gehe mal. 4-5-4-2-5-3-4-5-3-5-5-6-6-6-6. Scheiße! Nicht runter, rauf! Das ist wahnsinnig! Ach du Scheiße! Fuck! Ich wusste nicht, dass der gepountete ist, der Arschloch! So, der muss noch irgendeine Chef-Schwachstelle haben. Rein in der Hölle, du Arschloch! So. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt müssen wir runter. Weil ich habe keine Patronen mehr. Ja, gut. So. Hm. Er kann nicht weiter! Oh. Fuck. Komm her. So. Das ist noch ein Deutscher. So nah, das packe ich nicht, das ist zu weit. Ich hole ihn mir her. Also ich glaube besser. Und sicherer natürlich auch. So. Komm. Schöner Schuss. Zack. Schöner Schuss. Okay. Okay. Gut. Sind aber für sich keine Leute mehr. Ein Pferd. Sehr gut. Trotzdem schaue ich noch in den Kisten hinein. Weil vielleicht gibt es doch noch irgendwie Scharfschützen-Munition oder dergleichen. Obwohl das ja riskant ist, aber... Ich weiß halt eben nicht. Ich weiß halt eben nicht. Äh. Wann ich wieder mal... Ähm. Zu Waffen kommen. So. Nur noch einer. Sehr gut. Sehr gut. Die Richtung. Na gut. Ja gut. Hey der hat hier sogar ein Gewehr dabei. Das ist toll. So. Ähm. Na gut. Warte mal. Wir müssen hier entlang. Ah hier in den Gebiet okay. Ist noch einer oder wie? Der kann nicht weit sein. Ach du scheiße. Fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm schon, Scharfschützen-Gepäuer. Ah. Ach. Da oben. Bingo. Wir haben es, Leute. Sick. Okay. Wir haben es. Okay, ich habe alle. Schnell zurück zu Bess. Äh, und wo ist Bess? Da oben. Da oben, okay. So, jetzt nehme ich mehr, wo das Pferd. Ja. Ja, mein der bin ich deutlich schneller dort. Das auf jeden Fall. Ja. Wenn ich hier diesen Schleichpass nehme. Schaffe ich das schon. So. Da muss sie hier oben schon irgendwo drauf stehen. Ja. Da ist sie. So. Puh. Geschafft, Leute. Oh, shit. Ach du scheiße. Scheiße, Gott sei Dank. Bin kurz vom Weg abgekommen. Ja. Hier gibt's auch gar keinen richtigen Weg. Wir finden einen. Du bist der Fahrer. Gute Arbeit, Jungs. Na. Wir waren nicht schlecht, oder? Ei. Nö. Ja. Was ja das ist letzt gewesen. Werfen wir sie an. Ich hab alles richtig gemacht. Wirklich alles. Mein ganzes scheiß Leben lang. Ich hab immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch. Du. Was ist denn los mit dir? Du dämliche. Du dämliche Scheiß-Kapp-Drecksmaschine. Ach komm schon. Komm, Bess. Na los. Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir. Verdammte Scheiße. Und ich dachte. Du. 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 zurückziehen, Leute. Komm schon, nachladen, nachladen, nachladen. Ach du Scheiße. Grundsätzlich diese Scheßdinge müssen ja nicht viel aushalten. So. Wir haben den kleinen Bastard. Oh ja. Oh ja. Der andere kleine kommt hier voran. Gut. Dann holen wir ihn selber. So. Läuft ja doch wie geschmiert unsere Kampagne. Ach, schon noch. Hinter sie. Oh, hier ist einer. Okay. Ich hab's gesehen. So. Ähm. Zack. Hier kommt er nicht mehr weg. So schaut's aus. Zack. Da ist diese ekelhafte Drecksmaschine. Ja, natürlich. Was ist denn sonst? So, weiter geht's. Oh, da will sich jemand ganz wichtig machen. Ja. Zack. Ach Gott. Ja. So ist es. Ja. Kontrollpunkt abgeschlossen. Uiuiuiuiuiuiui. Panzer Ach du Scheiße, wir stehen ordentlich unter Trillerie, du Scheiße Ach du Scheiße So, ja, wir müssen jetzt zurück und dann schnell reparieren, weil sonst sind wir Marsch Du kannst deine Granate selbst gehalten, danke ich brauch sie nicht Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Zack Jaja, jetzt nicht mehr Du Jerry Bastarde, lol Das sagte er, richtig Hier ist Session Ich werde schon ja auch noch mit erledigt Move So, ich tue noch mal schnell Beth komplett Ähm S, ja Wie los Oh Der Dier Wasch Aber ich dachte ich kann das weiss ich nicht, zum Beispiel, das könnte ich bestimmt aber Dazu haben wir jetzt keine Zeit Er ist jetzt nicht abgeschlossen, sehr schön Fahrngreise Auf der anderen Seite dieser Anhöhe ist ein Zugdepot Wir wollen zu der Hauptstraße direkt dahinter Ja Alles klar Na gut Leute, dadurch dass es hier jetzt gerade der Checkpoint war, würde ich mal sagen, dass wir Ähm, hiermit die Folge beenden Und ansonsten sage ich dann nur noch, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like, da würde mich auch über ein Abo freuen, nicht vergessen zu kommentieren Und ansonsten sage ich nur noch, mein Name ist Urzucker und wir sehen uns dann in der nächsten Folge und tschüss Ja